Ja, heute möchte ich mal ein Video über Maiskolbenpfeifen machen. Maiskolbenpfeifen sind ja bei uns nicht übermäßig beliebt. Man kriegt sie so in verschiedenen Varianten. Das kann etwa so aussehen. Manchmal sind die Mundstücke auch ganz schwarz. Das gibt es auch noch mit einem etwas markanteren Kopf. Hier in dieser Art und Weise. Da ist der schon nochmal ausgeprägter. Aber gut zu rauchen auch. Gibt es in einer geraden Form selbstverständlich auch. Und alle werden vertrieben von der amerikanischen Firma Missouri Meerschaum. Die das weltweit verkauft zu vielen Millionen Stück. Irgendwann lassen sich die Maiskolbenpfeifen auch ganz gut mit einem Filter versehen. Wie man vielleicht hier so sieht. Da passt ein 6 mm Aktivkohlefilter oder ein Papierfilter der Größe 2 rein. Also kann man alles durchaus machen. Gibt es übrigens auch noch hier so als Mini-Version als Gästepfeife. Wobei die sich nicht wirklich gut rauchen lassen. Aber das ist was den deutschen Markt betrifft eigentlich schon alles. Und das ist schade. Weil es ist ja wirklich eine uramerikanische Pfeife. Und sollte uns von daher schon sehr interessieren. Produziert wird sie seit 1869 in Missouri. In der kleinen Stadt Washington hat der aus Holland stammende Hendrik Tibbe diese Firma aufgebaut. Die dann eben später Missouri Meerschaum hieß. Und mit einer speziellen Züchtung von Mais. Die mit unserem normalen Gemüse Mais verwandt ist. Selbstverständlich. Aber die härter ist auch größer. Mit dieser Züchtung gelingt es dann eben 2 bis zum Teil 5 Pfeifen aus einem Maiskolben zu schneiden. Die werden mit einer speziellen Paste versehen. Die ein Herr Münch entwickelt hat. Und so kommen die bis heute dann auf den Markt. Wie gesagt, der deutsche Markt, das habe ich gezeigt. Das ist nicht so unglaublich umfassend. Und deshalb habe ich mich mal in den USA umgetan. Um danach anderen Maiskolbenpfeifen zu finden. Und bei Aristocop bin ich fündig geworden. Dieses schöne Stück hier, noch am ehesten, ähnlich zu unseren Maiskolbenpfeifen. Hat den schönen Namen Patriot. Und dann geht es weiter. Und jetzt verabschieden wir uns von den kleinen Formen, die wir aus Deutschland kennen. General. Das ist die nächste. Nochmal zum Vergleich dazu. Eine übliche Größe, der in Deutschland erhält, im Pfeifen ist etwa so. Die General mit glatt poliertem Kopf gibt es auch in einer geraden Version. Dann sieht die so aus. Und richtig spannend und klasse fand ich dann natürlich. Nämlich die MacArthur. Nach dem General MacArthur so eine Weife. Ein Riesending. So groß. Nochmal im Vergleich. Die deutsche. Diese Größe. Hier in der geraden Ausführung nicht poliert, sondern richtig rau. Da ist der Maiskolben sozusagen noch zu spüren. Und der Riesend hat gerade mein Notebook voll. Gibt es auch in einer glatten Ausführung und mit gebogenem Mundstück. Die MacArthur. Das sind Maiskolbenpfeifen, wie wir sie bei uns überhaupt nicht kennen. Und ich glaube auch, man kriegt sie bei uns nicht. Man muss es tatsächlich aus den USA bestellen. Und als letzte, jetzt sogar mit einem hochwertigen Mundstück. Das ist eine Freehand. Eine Freehand-Pfeife aus Maiskolben. Darauf muss man erstmal kommen. Oben die Struktur freigelassen, offen gelassen. Und wie gesagt, ein hochwertiges Mundstück. Das ist bei den Maiskolbenpfeifen ansonsten immer eine große Schwäche. Das sind schlechte Mundstücke in der Regel. Dieses hier ist schon mal ein etwas Besseres. Ja, das ist also diese Sammlung von Maiskolbenpfeifen. Wichtig ist einfach noch zu sagen, ich nehme mal wieder eine deutsche zur Hand. Die kostet ja bei uns im Pfeifengeschäft so zwischen 10 und 12 Euro etwa. Also wichtig dazu zu sagen ist, dass sie viel besser sind als ihr Ruf. Die Maiskolbenpfeifen schmecken etwas süßlich. Zumindest am Anfang. Das lässt später ein bisschen nach. Aber mit einem passenden Tabak kann das eine sehr interessante Kombination auch sein. Die meisten Maiskolbenpfeifen lassen sich mit einem 6 mm Aktivkohlefilter bestücken. Oder mit einem Papierfilter der Größe 2. Sodass also auch da die Filterraucher keine Angst haben müssen. Und diese Dinge halten auch länger als man vermuten sollte. Also so nach 50, 60 Rauchgänge kann man problemlos mit einer Maiskolbenpfeife rauchen. Dann ist das Material so langsam gesättigt und die Pfeife schmeckt dann einfach nicht mehr so gut. Und dann muss man sie wegschmeißen. Aber das ist ja bei dem geringen Anschaffungspreis auch kein Problem. Sicherlich keine Pfeifen für den eleganten Opernball oder sowas. Aber für alle Tage und für zwischendurch zu rauchen und als Pfeife auf die man nicht besonders aufpassen muss. Dafür ist sie einfach ganz hervorragend. Also sie merken, ich halte durchaus große Stücke auf diese Pfeifen. Ich bin natürlich besonders stolz hier auf meine amerikanischen Dinger. Das ist auch klar, weil sowas hat in Deutschland halt nicht jeder. Vermutlich eher wenige Leute nur. Und es macht mir Vergnügen mit diesen Pfeifen manchmal mich sogar in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Okay, in diesem Sinne. Und bis bald mal wieder. Und bis bald mal wieder.